Hi, einfach Hannes hier. Erstmal schöne Grüße aus Chile. Ich hoffe, bei euch ist es auch so schön warm wie bei mir noch. Ich wollte ein kurzes Informationsvideo machen. Ich war in letzter Zeit jetzt ein paar Mal online live mit Warzone, so ein Ego-Shooter-Spiel. Weil man ja in der Quarantäne-Phase nicht so viel Zeit hat, für irgendwelche Videos draußen zu machen, wo mein YouTube-Kanal echt querbeet langsam ist, will ich doch das Gaming ein bisschen von dem Rest trennen. Daher, alle die zocken und Gaming lieben, verfolgt doch mal bitte alle meinen Gaming-Kanal, Chilefeld. Der Link ist unten in der Beschreibung. Also ich plane natürlich auch andere Spiele aus der Warzone zu spielen. Ich bin ja eigentlich auch echt schon ein random Typ hier auf YouTube. Ich mache eigentlich das, worauf ich immer Bock habe. Der eine oder andere hat mir auch schon gesagt, ich sollte nur eine Linie fahren, dann würde ich viel erfolgreicher auf YouTube sein. Aber mir geht es gar nicht um Erfolg, mir geht es wirklich um den Spaßfaktor. Und wie gesagt, ich will das Gaming jetzt ein bisschen trennen von dem Rest. Checkt meinen Gaming-Kanal aus. Und die, die Lust auf Gaming haben, ich stelle jetzt mal eine Frage. Welches Spiel wollt ihr sehen? Uncharted oder Journey? Stimmt doch mal ab hier. Und dann starten wir demnächst das erste richtige Game aus der Warzone. Bleibt gesund in der Quarantäne. Bis zum nächsten Mal.